Musik Wunderschönen guten Tag, wir starten mal locker rein in das Spiel 20 Small Maces, kleines Fun Game, warum auch nicht, kann man mal machen, free to play, heute im Steam gewesen, hab's gerade gesehen, dachte mir, hä, just chatting, da kann man sowas mitspielen. Musik Warte, was gibt's hier an Infos, click on a maze to start, click and drag with the mouse to move Maces, okay, gehen wir mal hier runter, ist das schon das erste Maze, schon das Menü, ja, weg, Solve this to start a new game, verstehe, längste Hauptmenü der Welt, wir sind aber schon unterwegs, Musik ist weg, so, press to undo, press space to fold, press space to unfold, ich verstehe. Musik ist weg, okay, Musik ist weg, okay, ich bin hier, das bringt mir gar nichts, ich bin eingesperrt, oder was? Musik ist weg, ich muss wieder, oh, oh, ja, gut, das wusste ich, das habe ich natürlich gesehen. Musik ist weg, okay, nach da unten muss ich, um nach da unten zu kommen, okay, das war cool, Cloudy Day Möchte ich jetzt haben Cloudy Day Die Wolken lassen mich wahrscheinlich Irgendwo anders rauskommen Pac-Man mäßig Immer gegenüber? Ja Immer gegenüber Und ich möchte Da oben rechts rauskommen Beziehungsweise da unten rechts Und dafür muss ich Ja, ja Stimmt das mit Uno in meinem Haus Skillniveau von Dalu? Warte Was ist das denn für ein netter Kommentar? Worauf war der denn ursprünglich bezogen? Sehr nett Freut mich auf jeden Fall Wenn es um Glücksspiele geht Nehmen wir mal an Uno und Mau Mau Bin ich eigentlich sogar echt schlecht Auch wenn es ums Würfeln geht Bin ich echt schlecht Ich würfel echt mies Ich möchte Under Construction Set to undo R to reset Das war eine Frage Ob ich mit dem Party in dem Spiel Aha So Wir müssen uns Wir müssen uns Wir sind ein Bogger Wir sind ein Bogger Und wir machen Steine kaputt Und wir wollen Wir Oh Das ist bad Ne nochmal Wir haben vier Steine Eins Zwei Drei Vier Vier Sechs Ne Eins Wunderschönen guten Tag Vier Vier Hätte bestimmt auch direkt zum X gehen können Aber bin mal so frei Und Moment Da ist die Ist die gedreht Oder Bin doch sonst richtig Oder Gibt es einen Anhaltspunkt Moin an alle übrigens Pablo De Siria Danke 35 Monate Lest mal unter der Map Dick Halfway To the X Äh Okay Halfway Ich muss ja wirklich nicht abzählen Soll ich Kann ich wohl blind machen Halfway Müsste so Hier sein Ja So hier Ja So hier war schon Genau da Der Exit Is like Right there Ja offensichtlich Okay Bin drüber gesprungen Ich kann ich Reset Das ist Bait Ich muss glaube ich Nach oben Bring ich immer Zwei Ah Nicht hin Ich springe immer Zwei Jetzt kann ich nicht Nach links Jetzt kann ich nicht Nach rechts Ja Uh Der Combination Vault Was muss ich tun Was kann ich tun Okay Ich kann die Ein hoch machen Dann ist Hier unten ist eine Kugel Wenn ich Moment Hier ist oben rechts Unten links Um Also wahrscheinlich Er hier Aber Jejeje Okay Moment Combination Vault Die Kombination ist natürlich Am Ende die Lösung Okay Das check ich Wir haben hier Dieses X Und das ist für oben rechts Unten links Oben links Unten rechts Okay Wir haben Ein Maze Und die Kugel ist Am Anfang unten links Aber Was Mach ich jetzt Die Felder Die ich in eine Richtung Gehe Dafür brauche ich ja mehr Als vier Koordinaten Ich kann nichts Drehen oder drücken Auch wenn das hier Irgendwie so komisch Aussieht Ähm Was passiert Wenn ich irgendwas Eintippe Gar nichts Hm Wir machen das Kombination Vault Mal bis ich Ein Geistesblitz Hab nach hinten Du bist das Maze Das bringt mir nix Muss alles in das Maze mit rein Offensichtlich Ich hab das Gefühl Der Anfang war schon War schon falsch Obwohl Doch der Anfang Kann falsch sein Und zwar Schade Oh Ich wollte den da von oben Mit rein nehmen Wo das immer noch geht Glaube ich Ne geht's Ne geht's nicht Ne geht's nicht Obwohl von Ne Ey Abyss Danke für 40 Monate Ich mach mal Musik an Das Spiel hat keine Musik Das hat nur Hintergrund Rauschen Leider Du bist das Maze Ich komme Nicht nach ganz Oben Ich komme Nicht nach ganz Unten Wenn ich das Offensichtlich Nehme Wieso Das ja Offensichtlich Dann hab ich Erst hier Die Möglichkeit Mich überhaupt Zu bewegen Die sind aber An sich glaube ich So weit Auseinander Das bringt mir Alles nichts Und nach ganz Oben komme ich Nicht Hier komme ich Dann auch Nur nach unten Da krieg ich's Aber raus Oder Ich muss nur Den Eingang Haben Die roten Punkte Stehen mir glaube ich Nur im Weg Die roten Punkte Die roten Punkte Die roten Punkte Die roten Punkte Nee, Mary, wir sagen DBD ist bei mir immer noch nur spontan Das war nice Das Ding war ziemlich cool, muss ich sagen Gravity Points Down Ach du Scheiße Dazu habe ich noch keine Wahl Jetzt habe ich eine Wahl Nein, ach das war ein Fehler Ich teste das mal kurz Ja, damit kürze ich ein bisschen ab Ah, wieder Ende Ich muss Auf diesem Blob da landen Und die einzige Option Die ich dafür habe Ist wenn das Ding Nach unten guckt Also offensichtlich Ah, das kann ich ja gar nicht Kurzer Test Ist einfach ein Loop Jaja, okay Gut, das heißt bis hierhin kann schon mal nichts falsch Und das muss exakt richtig sein Da kann ich nichts falsch gemacht haben Weil es gibt keine andere Option So, das heißt ich kann auch hier nichts anderes tun Außer hier lang gehen Auch das ist hundertprozentig clean Ich kann zwar jetzt hier drauf gehen Brauch aber einfach nur länger Nee Ich Ja Ja, ja Wir ändern die Gravity Drehen Drehen Und durch Nice Venga Danke für den T2 Auf 100 Monate Lass mal ein paar Stongs da Für 100 Monate Support Ganz, ganz großes Dankeschön Danke auch an Flamern für 64 Ska für T2 auf 41 Monate Destiny auf Destiny 38 Erbiss Danke für 40 Vielen, vielen Dank Leute euch allen Ganz großes Dankeschön Steini Danke für 16 Monate Danke auch für die T2 Das ist alles So Jetzt ist es ein 50-50 Wir gehen links rum Ändern die Gravity da Dann springen wir runter Gehen da nach oben Bumm Ich glaube es ist der Weg Auf Anhieb Nein Oh mein Gott Ist aber nicht schlimm Oh Gott Ist ja ein Safety Ding Okay, das ist nice Okay, hier haben wir keine andere Wahl Wir müssen den hier bespielen Und jetzt will ich natürlich nicht wieder runter Das heißt, ich muss den bespielen Wir drehen um Ich gehe runter Wir gehen hoch Ich muss nach links Sonst wäre es eine Sackgasse Wir drehen um Wir fallen So Jetzt ist wichtig Ja Rechts Rechts Links 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 Und Ja Schafft Sehr gutes Mace Das hat auch Spaß gemacht Geil Die hungrige Schlange Eat all the dots Wo bin ich? Machen wir mal erstmal Eine 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 Impro Kleine Impro Runde Ich glaube, hier oben muss ich relativ schnell rein Ja Hier oben muss ich ganz zügig rein Ähm Da gehen wir auch frech als erstes hin Da kenne ich nichts Uhuhu Das war wichtig Okay Das war schon mal Sehr wichtig Und da oben habe ich auch nicht viel Platz Ich glaube, das ist Ich glaube, das ist Absicht, dass es lange dauern soll Das war perfekt Dann ist der nächste Kreis Der hier Oh Uh Also Ja Okay, ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's, Leute Nee, nee Ich glaube, ich hab's Ohne Oben links Vor oben rechts Nee, nee, nee Pass auf Pass auf Watch me Selbe Reihenfolge Ich mach nichts anders, Faxi Pass auf Watch me Ja Ich dodge den hier Und dadurch, dass ich den gedodged hab Kommen wir da wieder raus Mussten die Reihenfolge dafür nicht mehr ändern Und einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen Geh ich jetzt trotzdem So hier lang Ja Easy Maze Voll das geile Spiel Ich find's krass, dass Leute sowas dann machen Und einfach sagen Jo, ist umsonst So, spiel's einfach Klar Ist jetzt kein Triple A Aber mach doch 99 Cent oder so Verdien doch ein bisschen was This is how you beat the game Noch kann ich nichts machen Ich lass es mal offen Space to rotate Drei unterschiedliche Maze Drei unterschiedliche Maze easy ja der scavenger hand weise einde missing items den erinnert mich an sonnen bist du ein roboter check was ist denn das vielleicht weiß ich auch nicht was das missing item ist wir gehen weiter was ist das meine mods haben das gemalt okay start put your mouse to beginn hier okay ich bin die ich spiel die maus invisible lava lake na klar schwert schild also erstmal holen wir uns schwert und schild wenn das geht ja dann muss er alles holen wir holen schwert und schild das brauchen man ja für ein gutes adventure am besten noch eine magic potion und dafür muss ich hier am lava lake vorbei und ein nids wort und schilder defeat ja easy weggemacht den mob und jetzt müssen wir raus ja also erst schwert schild holen monster weg machen magic potion holen wahrscheinlich komme ich mit der magic potion durch die lava durch und ja es war ein geiler dungeon was ist das hier funktioniert klein okay wir fangen also ganz unten an denke ich ja wir klein habe keine andere wahl jetzt habe ich eine wahl gehen wir mal auf drei dann kommen wir hoch wir kommen hoch wir klein wo sind wir keine wahl wir gehen noch mal eine runter ein hoch ein runter ein hoch ist es immer dieselbe ebene richtig ja das heißt ich muss muss die richtung wechseln ich muss mittiger kommen bleiben wir mal auf der untersten ebene genau hier wäre schon gut aber hier brauche ich leider nach oben 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 hoch runter das ist ein loop also wieder raus das heißt das war eine niete hier kann ich nichts machen es ist also wahrscheinlich das zweite f wir gehen hoch wir gehen hoch da war ich schon wir sind fast aber hier war ich noch nicht drin bin nochmal hoch nein ich hätte runter gehen sollen jetzt ist es ist eine abwärtsspirale obwohl mitte hoch mitte hoch mitte hoch mitte hoch und durch das war geil und ich kann durch die buchstaben fahren und ich kann die auch theoretisch wieder weg machen ich gehe irgendwie davon aus ich muss escape schreiben aber ich bin mir nicht sicher alle buchstaben markieren wäre auch quatsch oder nur das das ziel erreichen exit ja aber wie mache ich das er wieder weg das er ist ja fast fix um das um das er komme ich ja nicht rum ich kann es auch im nachhinein egal wie ich mich durch den dungeon drehen nie wieder weg machen das er muss bleiben also er und e komme ich ja schon nicht mehr raus da kann ich ja nichts machen ich denke keine durch alle buchstaben von escape nur einmal escape nee das er ist schon mit drin das er ist auch garantiert an dem kann ich nichts machen was würde passieren wenn ich einfach zum ende gehe dann wird ja wird ja nicht sein alle buchstaben kann ich ja offensichtlich auch nicht mitnehmen ich fahre einfach mal durch das ist nicht die lösung offensichtlich nicht aber ja offensichtlich no escape ach es gab noch kein es gab noch kein exit und wir haben mit escape ja was heißt lesen hilft no escape escape muss nicht unbedingt die escape taste heißt das hat nicht lesen nichts you found a clock click and hold to pick up was die alle gleich groß space bar to rotate ok das heißt ich muss mir das ding selber basteln erstmal bringen wir alle puzzelstücke ran und dann drehen wir die das ist per se gar nicht das schlechteste ding was ich hier gebastelt habe hier hätte ich nur gerne was anderes ist der punkt wieder weg es muss ein einteiler sein da kann ich nichts anderes machen auf anhieb der könnte noch gehen ob die ecke da unten ist schon ganz gut wo ist mein puzzle stück hin da nehmen wir mal an die ecken passen der ist es nicht der kommt schon ganz gut aber das ist ja quatsch und da muss er dran das heißt wir können eigentlich rückwärts anfangen funktioniert aber nicht der ist pflicht dann ist die ecke falsch das sieht okay aus das sieht auch nicht okay aus gedreht nicht besser der ist es dann ist die ecke ob wir es falsch die ecke ist die richtige effekt weg mit dem anderen puzzle hier am arbeiten das passt zusammen passt alles zusammen das hier ist ohne die ecke ist es nicht was ist geschehen passt der hier auch der passt außer es muss nicht alles perfekt sein das würde zwar funktionieren aber die also hier komme ich wahrscheinlich durch aber dann ist hier ist hier falsch dann bleiben mir es bleiben mir nur die diese dinger hier dann ist zwar hier eine sackkasse warum passt der denn nicht rein hä von der form her nicht korrekt warum floated der würde gehen würde nicht gehen mist dachte wir haben es das hier ist quatsch weil dann kommen wir nie zum ziel und es gibt auch keine andere möglichkeit der ist quatsch wir gucken den quatsch wir gucken den quatsch das heißt der teile in der mitte muss korrekt also das ding ist richtig geht nicht anders das heißt die einzige option sind meine ecken das passt das passt ja voll frech mit diesem außenrand hier einfach das maze umgang check damit haben wir auch keinen schlüssel gefordert nein warum haben wir so viele passwort dinger verzieht euch scheiß scavenger hunt i have to include a sliding puzzle it's the law kann ich ah oh das ist cool welcher ebene bin ich denn eins zwei drei vier eine sackkasse ne nicht schon mal in dem teil mit dem ding das ist aber scheiße auf ebene zwei auf ebene zwei ist nur er oh der ist auf ebene zwei hätten auf ebene drei gemusst aber nicht schlimm der kommt danach und jetzt brauchen wir auf ebene vier einen weg nach unten eins zwei drei eins zwei eins zwei drei vier er hier ich brauche den da muss ich nochmal runter auf die zwei komme ich denn irgendwie auf die zwei also das ist mein endstück er hier oh lol aber ne so komme ich nur ins endstück rein scheiße bringt uns das trotzdem was er ist das er ist das endpiece aber wie komme ich von oben rein kann eigentlich auf die mitte drehen weil ja das ist das so muss das ende sein aber ich jetzt bin ich wieder drinne das bringt mir nix der hittet nicht der hittet wir kommen oben auf die zwei ah der hittet nicht wo ist mein endstück 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 er ist ich bin schon wieder in meinem endstück drin ein mist ich hab die möglichkeit über unten 2 unten 2 reinzukommen unten 2 unten 2 ein unten 2 ist er 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 und er hittet mit dem ja easy nein hittet trifft den nicht ein oben 2 die da hinten bestimmt ne aber der trifft dieses andere ding dauert jetzt schon wieder zu lange ich möchte einmal in die mitte 1 2 3 4 das ist der fünfer das ist der falsche damit komme ich einen daneben raus oben mitte geht auch es gibt bestimmt ich hab mich auf eine lösung sozusagen eingeschossen leider was ich machen will und zwar will ich in dieses ding hier reinkommen es gibt bestimmt noch also andere wege gibt es vielleicht nicht aber es gibt vielleicht bessere wege deswegen ich hab mich nur gerade auf dieses eine bild eingeschossen was ich sehe ich will in den in diesen auf das stück will ich drauf aber in diesem tunnel offensichtlich ansonsten endet glaube ich keiner in der mitte mitte das ist der einzige der überhaupt in der mitte rauskommt wenn ich das richtig sehe es muss ja der sein chat was ihr nicht versteht ist wenn man eure kommentare vorliest jetzt in die mitte ja jetzt links in das c doch der unten rechts in den oben rechts unten rechts versteht ihr und was ist eure definition von unten rechts deswegen chat lesen kannst du dabei nicht ihr schreibt ja aber unten rechts ist ja komme ich ja offensichtlich nicht rein 1 2 3 4 aber der hittet auch mittig so aber in das komme ich ja erstmal nicht rein ändert also auf anhieb nichts also auf c bringt mir leider auf c auf chat bringt mir leider das nicht weil damit kommst du da stehen zu viele unterschiedliche sachen drin und in dem ein puzzle von gerade war da auch schon ein bisschen was also nicht falsch aber er hat halt andere ansätze als ich um in den reinzukommen muss ich einen unten zweier oder einen unten fünfer haben einen unten zweier und einen unten fünfer ist nicht der ist nicht der ich mach einen unten zweier unten zweier ist er er ist ein unten zweier und in den komme ich aber auch wieder nicht rein kann jetzt die beiden kombinieren sich sogar also es wäre egal in welchen ich von den beiden reingehe die beiden funktionieren zusammen ähm wenn der ist damit nicht verbunden der ist ein oben dreier der ist damit nicht verbunden ich pack mich erstmal wieder nach oben dann kann ich einfacher durchrotieren pack mich in die mitte dann können wir nämlich alles sehen das ist wieder der starter jetzt bin ich in dem c aber in dem falschen jetzt bin ich auf einem unten fünfer der unten fünfer bringt mich zwar zu dem hier jetzt bin ich aber in dem falschen drin kann ich jetzt wieder aufs c zurückgehen nein das ist nämlich nur ein zweier und ich habe jetzt nur noch ein unten dreier offen und ein unten dreier sehe ich gerade auf anhieb nicht mal haben wir ein unten dreier der und der ist ein das ist ein unten dreier die lupen sich ein bisschen oben fünfer oben fünfer bringt mir auch wieder nichts wäre wieder nur ein loop also das ist ein loop ein oben zweier sehe ich ein oben zweier auf ein oben vierer nur wieder auf den unten dreier es gibt da keinen der hittet letztes gleich wollte gerade einen unten zweier haben jetzt habe ich den unten zweier wofür wollte ich den haben um in diese röhre reinzukommen in diese doppel röhre nach oben die sehe ich mittlerweile da genau das ist ein geiles rätsel das macht spaß jetzt haben wir nur noch die kack sachen ne wir nehmen den hier noch ach du scheiße untitled draft die maus bin ich idea is to have the maze blocks with arrows push the player when click on them das heißt ja kann ich das resetten was ist du warst hoffentlich irgendwo im hintergrund need to add the maze lol also everything is spawning in a weird place moving the player isn't working either ok restart der block ist hier unten wir haben hier rechts ich habe nur das stück an die aber dann kommt da schon zu weit fuck was das das war das ding mit dem hier ist kein Pfeil mehr nach oben das heißt wenn ich aber hier ist doch nirgends wo mehr ein Pfeil ich muss die Pfeile pushen welche Pfeile kann ich pushen ich kann hier kann ich nichts anderes tun ich kann nichts anderes machen das heißt den kann ich auch nicht weiter pushen hier kann ich absolut nichts tun da der ball weiter nach rechts muss weil hier oben eine wand ist kann ich auch hier kann ich um einen pushen bringt mir aber nichts weil der ball dann festhängt kann ich also nichts machen hier kann ich auch nichts machen weil der ball dann festhängt das ende das ende ist also relevant hier kann ich auch nichts machen weil der ball sonst festhängt auch das bringt nichts mehr der ball muss nach links kann ich nichts tun kann ich nichts tun hier ist es hier ist es und zwar also ich bin schon zu weit der ja ja äh z der ist es ha scavenger hunt ich habe anscheinend das bild schon gefunden ich muss also alles finden ja find the missing items die uhr habe ich schon gefunden den schlüssel ja damit habe ich die coin gefunden ok also der rest ist hinter diesen rätseln damit komme ich aber schon mal weiter noch Knochen im weg der aber noch nicht schlimm ist aber die müssen eher einfach alle weg so weiter password reminder password reminder ähm was kann ich machen ich bin das add und ich bewege mich hier durch was habe ich getan warum konnte ich da durch ich kann die sterne bewegen ok ganz kurz geht sofort weiter hier kleinen Ganoven wie geht es euch überhaupt wie war euer wochenende was bringt es mir denn überhaupt die sterne wegzuschieben seh ich das ende nicht die inside hills fängt wo noch hügel aha im hintergrund sind hügel ok sorry fürs nebenbei essen aber ich hoffe ihr könnt auch was futter oder ihr habt schon gegessen wenn ja was habt ihr gegessen zwiebelbrot 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 ist so geil gulasch heute gemacht oder noch von gestern ok oder oder bleu Also der Passwort-Reminder macht mich fällig. Und wo ist der Knochen? Chat hat gerade gesagt, die haben den Knochen irgendwo gesehen. Ich habe nur noch die. Die mache ich weiter. Im Moment, wenn der Knochen hier einfach liegt. Die Knochen hier ist der Knochen. Die Knochen hier ist der Knochen. Die Knochen hier ist der Knochen. Okay, machen wir den nochmal. Wir schieben die Sterne nur zur Seite. Ich sammeln sie nicht ein. Warum? Warum? Na ja, durchlaufen schön und gut. Was ist die Definition von durchlaufen? Ich sehe das Ende nicht. Oder ich übersehe es. Nein. Oh, man kann sogar zwei verschieben. Okay. Und ich hätte einen Schritt zurückgehen können. Ich sehe das Ende. moment aber der muss hoch ja ich sehe schon ich sehe schon hier bin ich rausgekommen admin ja admin 123 nach links gehen watsch aber ohne nicht quatsch und 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 1 2 3 glaube so oder in die aber was sollt okay so so ja das haben wir uns ja gedacht ja das hier ich hab's noch nicht verstanden also die dinger hier unten zeigen glaube ich die position im mace an kann aber auch ich habe keinen indikator ich habe nichts was ich machen kann sind es die felder die ich mich bewege nein okay ich kann laufen das ändert ein bisschen was aber noch nicht viel waren die blöcke schon die ganze zeit da nee okay wir geben also die zahlen ein die sich in den jeweiligen ecken ergeben oben links ergibt sich eine das ist eine 5 ja ne eindeutig eine 5 das wird hier eine 8 oder eine 9 sein hier nix hier nix boin ja könnte man so eine 7 schreiben ja würde ich schon sagen oder na ne 1 mit dem mit der das natürlich immer wie die leute das schreiben wollen aber ja 1 oder 7 aber ja 1 kann auch leute die schreiben eine 7 so aber ich weiß was ihr meint das ist weil hier fehlt ne aber gut und hier das wird ne 4 sein hä was ein banger game holy shit hat das spaß gemacht die zahlen waren in dem base drinnen wenn du da drüber gegangen bist hast du kästchen hinterlassen ein punkt ist noch gelockt die wolke ist echt ghost mace okay ich muss das ghost mace haben wir auch geschafft thank you for playing my game glab special thanks Anasazia, Courtney, Drew, Christian und my parents ich sehe absolut free to play absolut game im steam umsonst 20 small maces mega geiles spiel hat extrem viel spaß gemacht die hätten von mir aus 99 cent wären jetzt nicht schlimm gewesen hätte ich mir gekauft das spiel kam am 16. februar raus vor zwei tagen ist overwhelming positive mit 683 bewertungen zu recht die w